Weit der Hüpfbäume Nichts. Tausche Juwelen gegen Ansteckern, die Yoshis Fähigkeiten verleihen. Ja, warum ja nicht. Weil man kann so eine extra Upgrade oder so eine Power-Ups sozusagen nehmen. Ja, Power-Ups. Weit der Hüpfbäume. Ja, das ist ja sehr viel. Wir müssen da mal hängen, oder? Vielleicht kann man sich immer ein bisschen mehr und zwar, wie am besten in den grünen. Oh Mann! Warte. Ach, deswegen stimmt ja. Wenn das hier gefällt. Hat das mich in... Ah, wisst ihr? Wum? Hä? Wo sä das nicht? Du musst ja wirklich in jeden Winkel gucken. Einer bist in den Eck um oben, einer guckt unten. Ja, echt mal. Kein Sticker? Nein. Oh, was ist denn? Wo ist denn? Aber hier sind ja fast mehr versteckte, als ich bei... Wie ist die Crafted-Rode? Hast du eine Sticker nicht? Warte mal, das war so viel zu schnell. Gar nicht wahr. Oh. 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 Das sieht doch richtig gut aus, mit der Rolle. Ah, ich weiß. Ah, genau, guck mal in den Eck um. Da kann ich noch was machen. Nein. Warte mal, nicht so schnell. Da oben, da links. Du, du, du. Warte, warte, versteckt da was? Ne, musst du alle sammeln. So. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal hier in der Mitte. Ne. Warte mal hier in der Mitte. Warte mal hier in der Mitte. Ne. Du bist ja auch mal wieder Eier ausschauen, Schatz. So, ja. Ich glaube nicht die ganze Zeit in der Nähe. Warte. Wahrscheinlich halt Spaß, oder? Da drüben, das auf jeden Fall so. Ja, das war klar, das war offensichtlich. Mhm. in der Mitte. Ah ja! Da. Boah. with that question. Danke für SUCCANT zur Probation. Pel ist das nicht hoch. Ich fällt hier hin. Warte. Podieren kann sie nicht. Haha. Wenn du hiern kommst destroying. Ist das jetzt der richtige F Ort? Ah! Gut, mach gut. Warte mal hier in die Ecke. Hey. Kannst du da nochmal abspringen, richtig? Naja. Wollen wir jetzt oben lang, oder? Ach so. Jetzt hast du die Dinger... Nein, da hab ich welche geholt. Ich meine, die Ballon ist ja auch nützlich. Habe ich geholt. Jetzt stimmt da oben das. Mach du was. Eins, was die Hute, man kann ja mal selber um eins vergessen. Na doch, wenn ein Feld frei ist. Ah. Na, den Veröffentlichung zu fressen. Na, ich kann nicht zuführen. Brauch ich auch. Warte mal. Ja. Ja. Start jetzt. Ah! Ja, ja. Warte, woher es mich? Hm, hm. Warte mal weg. Warte mal weg. Warte mal die Dinger runternehmen. Warte. Warte mal. Warte mal. Warte mal kurz. Ne, ich dachte hier unten. Warte mal was ist. Ach. vin centre. Warte, Hungary. Ich hab für Augenkrebs. Warte mal weg. Na, ich hab ligso gedacht. Ja, ich hab wieder gesagt, dass der… Ich sehe nichts. Nehmen wir weiter. Ah! Oh ne Tür. Achso. Was ist denn das jetzt? Ich weiß aber nicht. Hä? Dann kriege ich schon. Was? Immer drücken ey. So jetzt müssen wir noch so nebenbei sammeln. Oder? Du musst doch in die... Du hast bestimmt schon essen. Warte ich hab... Mei. Los! Wenn du das, was ich verjesse, dann holst du nach. Da hat Zeit. Wir müssen Zeit holen. Da mitmachen. Das muss ich mitmachen. Gut. Sammel, sammel, sammel. Gut. Ist das denn noch hier heute hin? Ich glaube ja. Das werden wir schon merken. Was ist das denn da? Ah. Siebzehn von zwanzig. Wir haben... Blumen machen muss so wenig, oder? Ja. Kommt mir so vor. Weil wir jetzt schon siebzehn Stempel haben, ist das... Oh, ich hab die gerettet. Naja. Dafür hab ich auch keine Dinge mehr. Warte hier. Von hier. Die Musik jetzt schmeckt. Ach gut. Ich muss jetzt nicht anders. Also. Warte mal. Das ist doch irgendwas hier, oder? Warte hier. Warte hier. Ah. Warte hier. Wer ist das denn? Wo ist das denn? Warte hier raus... Kannst du ja. Du hast jedes Mal...ces الج знаем, es gehen.... M Started 1, okay? Ja... Okay. Ja. Und dann an dieinskybuchstelle... Garg sí. Mal d'r... Toi. Genau... Das können wir ja jetzt nix großartiges was wir nicht mehr so verpassen können. Genau, ja, mal weiter. Ah, ey, das ist doch fies. Doch, wir sind schon richtig. Aber mit Herzen, wie sieht es denn da eigentlich aus? Auch. Voll, ja? Mhm. Du, ja? Für beide, glaube ich. Nee, ich nicht. Ich wurde älter wischt. Äh, kannst du nicht stoppen und gucken? Wiss ich. Doch, da. Du hast 15. Ach so. Und ich hab 20. Was fehlt jetzt noch? Ein Woller? Ein Woller. Ha! Ein Woller und eine Blume. Das ist wahrscheinlich. Das ist Blume. Die will ich nicht. Woller. Wollt das mal hoch? Wollt das mal hoch? Wollt das mal hoch. Was ist das? Das ist mich. Das ist besser, wenn du mal eine und alle Bäder voll haben. Wollt das mal hoch. Das ist besser. Wollt das mal hoch. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Was ist denn? So nicht, damit die Urlose sind. Ohne Spiel oder? Ja. Wir haben jetzt so alles. Ja, gut. Wenn du einen Herzenminder hättest du geholt. Gleich auf Anhieb alles geholt. Und ganz weiter gehen. Und unsere Malerei. Du musst mal alles machen lassen. Na klar, ich mache alleine nicht. Nee, ich mag das nicht. Kannst du nur das Laibode spielen? Nee. Springen. Mann, wann springt er nicht? Ich habe ja auch mehr. Ich habe ja auch mehr. Ich habe ja auch mehr. Ja, dass man nur die Punkte irgendwas machen könnte. Vielleicht ist Kuchen oder so. Vielleicht ist Kuchen oder so. Ich hoffe nur, hier ist es nicht so wie bei Yoshi's Crap- Oh, einen neuen Trickeinstecker. Aber ich habe es wie bei Yoshi's Crafted World nicht so einen scheiß schweren Buster. Wo du da, weißt du? Wie kam ich da, Alter? Denen war ich verrückt. Ich habe ja letztens schon verrückt. Wollte du wieder dran gehen. Weit Yoshi! Kann ich auch was anziehen? Bestimmt. Wow, je nachdem was. Ja, du kannst ja nur das Kostüm an durch, oder? Ja, ja. Nee, dann ist das schon komplett gewechselt. Warum würdest du es nicht? Keine Ahnung. Wollte es eben noch nicht. Ja, ich denke mal, wenn er alles geschafft hat, ist es dann ein Stern vor der, vor der Welt. Vielleicht. Was hört? Ja. Warum nimmst du? Was jetzt? Warum nimmst du nicht den roten? Da ist, glaube ich, komplett rot. Und dann, ich nehme den grün. Was siehst du? Dann wechseln. So, wenn man das alles hier hört, dann ist das ein Stern vor dem, vor dem Tal. Was ist das jetzt hier? Also. Kettenhund. Schwamm. Schwammschlacht. Schwammschlacht. Oder gibt's? Nee, doch. Was soll ich das? Frauenschlacht. Was ist denn das überhaupt hier? Alle Wollknölz werden groß. Ach, da. Nee, brauchen wir nicht. Dafür sind die Punkte da, weißt du? Dass du diese Power-Ups nehmen kannst. Komm her zu Mama! Komm her zum Buddi! Was ist denn los? Hallo! Also, wenn du so eine Katze hört, dann ist es unsere. So. Das ist ein langweiler. Nee, die Aufmerksamkeit. Hä? Wie ist denn da jetzt? Schießen bestimmt. Schießen bestimmt. Oder nicht? Nein, diesmal da. Steht da auch was? Ja. Kettenhundkugel. Gegner, die im Weg sind, heben Pech, haben Pech gehabt. Balanziere an ihrem Rand, um sie in Bewegung zu versetzen. Ja. Oh, das ist jetzt der erste. Komm her! Oh, das ist der erste. Wolli? Ja, nimm den Wolli mit. Ja, nimm den Wolli mit. Du musst doch weggehen. Ja, ja. Wolli. 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 Oh, ja. Wolli. warte, mach doch mal das hier kaputt ich mach schon Schatz was machst du denn ey? und der kann doch dann lächeln ja, so warte da oben alles am besten wegmachen ja schießen kannst du auch nicht über ich hab keine Eierauern du Ei warte ist Tampolin du kannst auch da hören kann das auch machen kann das auch machen na warte ist für 19 Uhr vielleicht so ne Box ne oh du du oder in der Reine muss ich ne na dann mach mal schieß mich doch nicht ja ja komm her die so frech und die anderen müssen wir so die anderen machen wir jetzt so weg da oben ist aber bestimmt da irgendwas da darf ich doch so unsichtbar war hier ne Stroh ne oh oh jetzt kommt der Chef oh oh also der Chef meinte ja die große Katze was mach sie denn jetzt soll ich sagen wenn ich aus dem Screen bin verliere ich gehen Ärzten das war jetzt scheiße warte nichts oh auch nicht hm da war er noch nicht runter drücke den Sprung unten in meine Standort der Kastür ok am besten eh nach rechts eh nach links aber wir können ja noch nicht runterfallen ja alles aufdecken am besten gerade hier ist es müssen wir aufpassen immer noch links eh nach rechts ja hier muss einer noch mitte ich nehme mich drin eins zwei ups ja ansprung kann er ja nicht ich mache doch hinten also du nö ne ich fände nicht ne du nö komm doch trotzdem her in der Zeitung fliege ich keine Herzen das braucht was jetzt nicht und wenn da was da drinne ist spring doch hoch tja ja ne anscheinend nicht alter echt ja ich muss gucken man ja ja hör auf zu labern wir müssen mal ein bisschen auftanken wir müssen uns alle Bäder auftanken im Tanko ja können wir die Dinger mal sehen na ja ich kann doch eh nicht mehr aufsammeln man so jetzt können wir uns mal warum denn ach jetzt kommt die Flieger ja ja komm die ne doch ich glaube wir gleich ankommen wir auch also das war jetzt nicht gut ja hier keiner hat das recht aufzusteckst und hier ist das scheiße ne bei mir können unsichtbare Wolken sind bei mir können unsichtbare Wolken sind bei mir können unsichtbare Wolken sind ja siehste da müssen wir mal ein bisschen gucken hier da oben kann man nicht alles gut machen weil da oben kommen wir da oben nicht mehr lang da da oh oh die Springer schnell rumschiessen hier 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 hoch hier hier hoch noch leid ihr Moff da hoffentlich kommen wir jetzt auch wieder hoch ja ja warte schieß die schieß ja stell dich da hin gut du musst mehr wegschießen was machst du jetzt das Ding aber dort ach man hey ich komme mir natürlich jetzt nicht hoch warte ich kannste drüber hier ja ich stelle mich erinnern ja ich habe einen Wolkenau doch ich habe sie geschafft was hast du ich habe einen Wolkenau ja so das ist nicht mal nicht oh ich habe sie gezählt ja wahrscheinlich machen wir unten da was kaputt was sind da warte mal dann wollen wir nochmal gucken das kann ich ja oder so eine Zauere dann müssen wir zauern pft ne Ich hab jetzt soweit alles abgesucht. Ah, oh hier. Achso? Probier unten mal lang. Achso, da. Ah, nöt. Dann warte ich mal auf. Danke. Ich hab schon eins getroffen, das Ding. Warte noch nicht. Hier mal. Ja. Und das? Wahnsinn. Ja. Warte noch, oder was? Oh. Warte, ich hab's gebot. Gut, los. Hey, 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 hey. Ich hab zwei große Glocken, guck mal. Ja. Ne, jetzt hab ich noch eine. Was ist die meine Glocken? Oh, wenn schläft mal nicht. So. Ah, gut. Guck mal oben. Von unten. Hm. Ja, gut. Das Spiel fest irgendwie. Ja, ja. Hat irgendwas an sich, ich weiß auch nicht. Du kannst dich auch fressen. Ich weiß. Was? Hat sie kurz warten? Ja. Guck mal. Ich guck mal im Raum lang. Da, da, da. Da, da, da. Und die Blume hab ich. Warte mal unten und dem Däch und alles weg. Warte mal unten. Warte mal. Warte mal. Da ist doch noch eins. Hallo, merkst du das? Ja. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist schon mal mein Herz in Fall. Warte mal. Hier ist das. Ja. Warte mal. Die nehmen wir mal zurück, oder? Ja, war toll. Kommst du rein? Jetzt kommt ich rein. Hier. Wie ist das? Ja. Wo würdest du mal hin? Ist das schwer? Ja, komm mal hin. Hm. Das ist super. Ja, und du weckle. Da kommt doch los jetzt, oder? So. Wie reicht noch? Ich glaube, das versteckt nicht. Aber cool. Da hab ich schon alles nahe gut. Ja, ist auch nicht schwer, ne? Ne. Wie meins? Noch nicht rein, oder? Weißt du? Ah. Kann ich auch anhalten? Mal runden drücken. Das wird ganz unten. Huh! Uh! Oh! Dann muss ich schnell mal herlaufen. Mal sammeln. ich habe mich nur so so viel versteckt worden bei Crafted by Globino ich gehe auch es wird? ja wir müssen wieder sammeln ey du musst auch mal hier sammeln du Ei das war gut da Mann geh runter was tut denn so danke bitte oder komm da irgendwie ne geht nicht nicht trotzdem mal gucken da war nichts ah sehr gut da da oben das hat man jetzt sehen oder der große O ne na das ist doch also woher drück ich jetzt was so mach du oben lang da 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 achso warte 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 oh oh nicht dass da oben was ist mach da mal noch nicht alles weg wenn wir eine Ecke da noch können jetzt schießt mal nach links oben muss doch mal da links hinzuspringen nach links springen nicht schießen nicht dass da oben was ist doch 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 da sag ich doch naa siehste ist auch was gut versteckt ey Güte da musst du irgendwie alles abnehmen ne 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 ach ne wir müssen da oben wir müssen da oben komm komm doch doch jetzt nicht ne warte ich mach warte warte mann ey nein und der spende erst ich ja bist du so ab leon, was du machst so ruhig steht in dich also nur noch sprung ups ich will wieder bei euch zu schwimmen aber ja ne ah halt mach auch nicht zu schnell ich will nicht, dass mir irgendwas passt machst du jo haben wir alle alles ja warte, kann ich mich doch stellen oh sieht man alle Bäder hin passiert da was besonderes wollen wir jetzt alle Bäder im Bonus haben das ist ja echt gut das machen wir alle alle 20 alles gut das dritte Level nicht verpasst das ist ja immer sehr gut guck mal die Erfahrung von Yoshi's Crafted World also super so 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 walk so 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 so